Liebe Bürger und Mitbürgerinnen, ach, was soll's, untertänigstes Volk! Hier spricht eure Königin. Ach, kleiner verschissener Hof, na, schenkt mir ein Glas Wein ein. Am 16.12. des Dezembers feiert die Märchentriologie ihre exklusive Weltpremiere. Und deshalb? Na also? Erwarte ich von meinem Volk zahlreiches Erscheinen. Haben wir uns verstanden? Oh, du müssen erst wieder Köpfe rollen, hä? Nur Idioten um mich herum, wie dieser einer hier. Und trotz alledem, gehorcht und vermehrt euch. Das ist ein Befehl eurer Königin. Enchanté! Mach's aus! 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 Mach's aus!